Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Roblox Leute und zwar zusammen mit Gaming Ghost mal wieder. Hallo Gaming Ghost. Hallo Ivo. Und zwar spielen wir diesmal Superhero Tycoon. Und Gaming Ghost ist heute, was bist du? Ich bin heute Spider-Man. Und ich bin Ant-Man Leute. Und ich spiele heute auch wieder auf meinem zweiten Account. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit, ich laufe. Dann können wir jetzt anfangen. Mal sehen, wer schneller ist. Ja, wer schneller ist, alles baut. Bam. Okay, 70 brauche ich danach. Aber das geht ganz schnell. Ja, und da läuft es auch schon durch. Alles. Gibt es hier auch irgendwas, was es schneller macht? Was? Mich interessiert es mal so. Wo sind denn die normalen Dopper? Ich finde hier gar keinen normalen Dopper. Was? Man kann sich hier irgendwie 9.999.999 Münzen, äh, Geld holen. Für 1.000 Robux. Also dann kann man sich ja alles kaufen. Ja. Ich werde mir auf jeden Fall einen Teppich kaufen als erstes. Ich habe schon zwei Dropper. Jetzt habe ich da einen Dropper. Wie viel hast du schon? Ich habe noch gar keinen. Wie viel Geld? Ich habe überhaupt noch gar nicht viel Geld. 30, oder? Nee, jetzt habe ich dann gleich mehr als 70 und kann mir den Dopper kaufen. Oh, 70 schon? Ich habe 94 und ich habe schon den zweiten Dropper. Ach, siehste. Nee, jetzt geht es dann langsam schneller. Ich bleib mal hier in der Nähe von meinem Geldkästchen. Hast du jetzt schon den zweiten Dropper? Nein, noch nicht. Echt? Ich habe schon den dritten Dropper jetzt. Ich habe den nicht gleich gefunden. Ich habe jetzt den dritten. Weil der diesmal eine andere Farbe hat. Ja, ich habe jetzt schon den dritten. So, jetzt hole ich mir gleich den zweiten Dropper. Ich brauche jetzt... Was ist das Wichtigste? Mega Dropper für Tausende ist das nächste, was ich mir holen werde. Bei A Garn Multi. Hä? Was ist das? Ja, hör mal auf mit dem Gun kaufen. Als erstes muss ich mal die Tür hier zukriegen dann. Für 10 Robux? Nee. Ich brauche das nicht. Ich mache ja normal hier. So. Äh, für tausend. Für fünfhundert gibt es einen rein. Ich habe gerade noch... Bei A Colorizer. Oh, cool. Was ist das? So, jetzt cool. Hast du schon so einen Colorizer? Nein. Kann sein, nur ich laufe hier immer noch hin und gucke, ob ich da... Nee, du hast noch keinen, ich sehe. Ich brauche erst mal den Upgrader. Und wir gucken auch immer mal wieder zu uns rüber, gegenseitig. Oder? Wie weit der andere ist. Ja, natürlich. Nur im Moment habe ich keine Zeit. Ich bin hier noch beschäftigt. Ich auch nicht. Du kannst zu mir kommen, wenn du willst. Nee, nee, nee. Ich will doch schneller sein. Wir greifst noch wieder an. Wir haben doch die Challenge. Ja, ja. Wer schneller ist. Deswegen muss ich mich jetzt beeilen. Ich gucke mal, ob irgendwie... Ob ich bei Leuten rein kann. Weil in dem Spiel gibt es auch Waffen, oder? Ja. Da gibt es auch Waffen. Aber er ist im zweiten Stockwerk. Oh. Ein Colorizer. Da ist der Colorizer. Die haben alle schon einen Laser. Hast du einen Colorizer? Ja, ich habe einen. Und was macht der? Damit kannst du Sachen einfärben, oder wie? Nee, einfach nur... Da steht so ein Teil und dann klickst du auf eine Farbe und dann ist oben so ein Streifen mit der Farbe. Mhm. Aber wir wollen ja alles kaufen. Deswegen... Ich habe die 1000. Also der vierte Dropper ist da. Ja, habe ich auch. Okay. Jetzt sind wir wieder gleich auf. Jetzt muss ich mich beeilen. Nee. Ich wollte nämlich unbedingt... Du hast den Colorizer noch nicht. Nee, den brauche ich auch nicht. Ich will erst den Teppich. Ja, aber danach muss ich... Wunderschöner Teppich. Hey, wo? Ah, hier. Für 500. Oh, ich bin tot. Jemand hat mich einfach umgebracht. Ja, es gibt auch Waffen. Eine Frechheit. Es gibt Waffen in dem Spiel. Eine Frechheit. Kann man hier nicht irgendwie eine Wand hochziehen oder sowas? Eine Wand. Nee, du brauchst... Du musst hier halt erst mal eine kaufen. Ja. Jetzt habe ich eine Wand. So, und jetzt brauche ich als erstes mal die Wand Upgrade. Habe ich auch. Und... Und jetzt brauche ich noch ein Upgrade von der Wand. Hier gibt es irgendwie keinen Schalter, um die Tür zu schließen. Kann das sein? Hast du einen Schalter? Ich habe jetzt einen Upgrader gekauft. Dann ist das Geld mehr wert. So, nochmal. Jetzt habe ich die Wände abgegradet. Jetzt kommt man, glaube ich, nicht mehr so einfach rein, oder? Ich habe mir einen Upgrader gekauft. Kannst du mal probieren, bei mir reinzukommen? Gleich. Ich bin gerade aber beschäftigt. Ich brauche 350, bevor ich zu dir kommen kann. Ja. Oh, ich bin gerade richtig gut dabei. Einen Teppich habe ich mir jetzt aufgekauft. Ach, siehst du, jetzt kann ich mir hier nämlich die Sachen aussuchen, wie ich etwas möchte. Colourizer. Und jetzt habe ich mir hier noch eine Colorizer. So, und was macht das jetzt? Ach so, da werden bloß mal eine... Das ist nur das... Hä, echt? Was macht das? Da werden lediglich die Gelddinger eingefärbt. Ah! Ja. Und du kannst dir auch Marmor hier... Wie cool ist das denn? Ja, kannst dir Marmorblöcke rauslassen. Ich lasse mir gerade Marmorblöcke raus. Du hast dir ja diesen Materialding gekauft. Das Materialding habe ich. Und jetzt kommen da lauter schöne Marmorblöcke raus. Oh, wie cool! In den Farben, die ich gerne hätte. Ich habe so blaue Metallblöcke. Ja. Kriege ich. Wie cool ist... Ich muss mich schnell wieder zurücklaufen. Also bisher kriegt die Tycoon von mir eine 5 von 5. Also eine 10 von 10. Also das finde ich auch cool. Ich finde die cool. Die war auf jeden Fall... Die ist auf jeden Fall echt cool. Oh, einen Owner Door. Die brauche ich. Genau. Die Owner Door. Jetzt kommt der wieder an und will mich umbringen. Oh nein! Jawohl! Ja, die Owner Door braucht man. Die kostet 5. Da muss ich mich jetzt vereilen. 5.000, ja. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ja. Ne, was auch wichtig ist, ist das Weapon Pad. Weapon Pad? Ja. Eine Weapon bräuchte ich auch mal. Ja. Brauche ich auch, weil dann kann man... Auch wenn dich jemand... Ja, dann kann ich mich verteidigen, ne? Man kann nie... Wobei, wie gesagt, also die Tür würde mir schon extrem weiterhelfen. Ja. 3600 kann ich nochmal upgraden. Dann baue ich mir nochmal einen Upgrader. Ich mache gerade so... Ich mache gerade so... Äh... Äh... Das finde ich auch schön. Ich kaufe noch mehr Dropper. So braune Holzklötze, die da rauskommen. Das macht Spaß. Also ich finde die bisher schöner eigentlich, weil man mehr machen kann. Ja, man kann echt mehr machen. Das ist von der Einrichtung her. Und wieder. Ich habe mir gerade den... Jetzt kommt gleich die Owner. Ich habe mir gerade auf der... Schluss mit Lust. Ich habe mir gerade auf der rechten Seite einen Dropper gekauft. Mhm. Ja, die... Ja, da hat einer eine Tycoon mit Wänden und so. So eine rote Tycoon, da kann ich rüber. Hier hat jemand so eine Tycoon... Jetzt kaufe ich mir erstmal die Tür. Hier hat jemand so eine Tycoon, wo ich über die Wand... Achso, das bist ja du. Ja. Ich... Ich wollte gerade sagen, ich... Man kann vielleicht noch über deine Wand sprechen. Ja, jetzt noch. Jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt gerade zugemacht. Jetzt kommst du nicht mehr rein. Doch, über die Wand. Ja, versuch es mal. Da muss ich nochmal die Wände upgraden. Das mache ich dann als nächstes jetzt hier. Ich dachte gerade, das wäre von dem anderen die Tycoon dabei. War das deine? Das war meine. Ja. Da hat einer sein Laser deaktiviert in der Batman-Tycoon. Ich komme jetzt zu dem. Ich bin gespannt, wenn ich mich dann auch richtig zum Spider-Man machen kann. Jetzt habe ich mal so... So, ähm... Ziegelsteine mache ich jetzt mal. Ich klaue gerade. Rote Ziegelsteine. Und... Ciao. Wunderschön. Ich bin in der Batman-Tycoon als ob. Ich bin eingebrochen. In der Batman-Tycoon. Ja, aber bist du nicht selber der Batman? Nein, ich bin doch... Ach, du bist ja... Du bist ja der Ant-Man, ne? Ja. Jawohl. Ich klaue hier gerade richtig krasse Sachen. So, jetzt schauen wir mal, was ich wichtig... Was hat denn der? Wenn der abgraden kann. Wenn der abgegradet. Jetzt kommst du nicht mehr drüber. Ja, danke schön. Ich habe ein Schwert geklaut. Du kannst ja rein. Wenn du mich nicht fragst, lasse ich dich ja rein. Ich habe ein Schwert, Wurfsterne, so eine Pistole von Batman, Tycoon und so einen Taser geklaut. Ja. Das ist ganz cool. Guter Loot! Bam! Bam! Geh weg! Hilfe, mich verfolgen jetzt alle! So, jetzt brauchen wir hier noch einen Dropper. Bam! Bam! Einen Dropper. Und noch einen Dropper. Ich taser den jetzt. Ich brauche viel mehr Dropper. Kamera her. Oh nein, ich bin tot. Ist aber auch egal. Das macht ja hier nicht viel. Außer, dass du gerade irgendwo hinlaufen wolltest und dann wieder zurück musst. Oh, ich habe 12.000, weil ich mal kurz nicht in meiner Tycoon war. Bei Onador, Upgrade Walls. Ja, das ist das Wichtigste. Dass da keiner reinkommt. Ich habe jetzt... Guck mal, bei mir kommt jetzt niemand mehr rein. Und man kann gar nicht mehr über meine Wände springen. Du hast... Äh, warte. Du hast auch schon noch einen Upgrade. Jetzt kann man nicht mehr bei dir drüber, über die Wand, oder? Ey, einer hat einen fliegenden Teppich, dieser Iron Man. Oh, der kann dann rüber, ne? Ja. Der kommt da rein, trotzdem. Ja. Oh, hi! Ich bin... Mein Kopf ist gerade über deine Tycoon geflogen. So, ich habe jetzt noch einen Dropper. Ey, Iron Man. Jetzt steht der die ganze Zeit vor meiner Tycoon. Ja, ja, ja. Das ist unfair. Lass mich in Ruhe. Der ist extrem nervig, der Iron Man. Lass mich doch in Ruhe. Ja, aber der hat das ja genommen, damit er das machen kann, wahrscheinlich. Na? Hallo, lass mich in Ruhe. Iron Man steht die ganze Zeit bei mir und lass mich in Ruhe. Hier. Jawohl. Ich habe 4000 bei Weapon Pads. Und... Oh! Ja, ja, ja! Ich habe die erste Waffe! Oh, ich habe mir hier jetzt so eine Säule reingebaut. Oh, ist sie! Krass! Das ist eine coole Säule. Ich habe meine erste Waffe. Hier noch eine. Das ist eine coole Säule. Ja, ich habe jetzt sowas. Ich hinterlasse so Ameisen, wenn ich laufe. Das ist cool. Super witzig. Wo hast du das her? Das habe ich mir so gekauft. Weil, wenn man bei Weapon Pads macht. Ach so. Und dann hat jeder eigene, zum Beispiel Iron Man hat da, ähm... Ding. Zum Beispiel hatte Batman so Fledermäuse hinter sich dann. Ja. Mann, du musst bei Weapon... Ich ziehe mir wahrscheinlich Spinnen hinterher oder Spinnenfäden. Ja. Ah, ey, lass mich doch in Ruhe, Mann. Das Weapon Pad. Ich probiere das mal. Kann der mich auch immer in Ruhe lassen, dieser Iron Man? Bei Particle. Meintest du das? Was? Particle. Ja, ja. Ah, ja, genau. Das ist das. Hast du jetzt Spinnen? Ich habe Spinnen, ja. Ah, ja. Weil, äh... Ich ziehe jetzt Spinnen hinterher. Genau. Und wenn ich das möchte, muss ich mir so ein Ding nehmen. Und dann ziehe ich die hinterher. Ich habe jetzt Spinnen hinterher. Jetzt muss ich wieder... Mann, diese... Alle gehen jetzt auf mich. Und der Iron Man lässt mich auch nicht mehr in Ruhe. Ich werde als nächstes nochmal die Wand upgraden. Jawohl, Iron Man ist jetzt mal kurz abgelenkt. Aha. Solange kann ich hier mal in Ruhe weiterbauen, weil Iron Man greift mich dauernd an. So. Upgrade Walls. Hier. So. Ich kann mir gleich für 10.000 schon den zweiten Stock... Auf Wiedersehen, Iron Man. Da kommst du nicht mehr vorbei. Ich bin jetzt hier. Ich habe jetzt nochmal abgegradet. Was ist denn Torch? Ich gucke mal. Ein Torch ist nochmal eine Lampe. Eine Fackel, ja. Genau. Fackeln, Fackeln. Ähm, ich brauche 10.000, dann kann ich mir den zweiten Stock kaufen. Torches hole ich mir dann auch. Ich brauche nur... Ich brauche noch einen zweiten Floor, ja. Aber der zweite Floor muss 10.000. Ja, sparen wir mal kurz. Ja. Willst du mal zu mir rüberkommen? Dann kann ich dir zeigen, was ich schon alles habe. Ich habe nämlich alle Waffen schon gekauft. Meine Tür ist ja zu, wenn das auf blau steht. Ja. Genau. Oh, es ist ein cooles Schwert. Wo ist er denn, der Batman? Ich habe mir... Ach, du bist ja der Ant-Man. Wo ist Ant-Man? Ant-He? Wo bist du? Sag ich dir nicht. Musst du selber finden. Da ist er. Hier. Ich habe dich. Ich lasse dich kurz rein. Ich bring dir ein paar Spinnen mit. Macht ja nichts, ne? Spinnen und Ameisen vertragen sich ja. Hier, ich gebe dir ein paar Ameisen. Danke. So, komme ich rein? Geht das? Ja, komm rein. Jawohl. Okay. Ui, schön. Ja, so ähnlich sieht es bei mir auch aus. Guck mal. Du hast aber schönere Posten. Bei mir ist ja alles so rot und blau. Nimm dir mal hier so eine Pistole. Die ist mega cool. Kannst du gebrauchen. Ja. Falls dich jemand angreift. Okay, willst du wieder rüber? Ich gehe wieder rüber. Warte. Dann will ich dich kurz mit der Pistole kriegen. Bam. Ja, danke. Da muss ich nicht laufen. Ja, genau. Ja, aber irgendwie kannst du mich... Jetzt hast du mich erwischt. Man braucht ein paar Mal, ne? Mach nochmal, weil sonst stehe ich hier so halb rum. Ach nee, jetzt bin ich wieder da. In der Mitte aber, oder? Ja. Ich stehe in der Mitte. Da bin ich gerade auch gespawnt. Ja, das weiß man nicht bei sich. Da bin ich auch gespawnt, sondern da. Da bin ich gerade auch gespawnt. Da bin ich gerade auch gespawnt, als Iron Man mich getötet hat. Ähm. Okay. Ich habe 7000 und ich spare gerade auf... So, jetzt muss ich nur schauen, dass meine Tür auch schön zu ist. Ja. Sehr gut. Mal gucken, wie viel Geld ich inzwischen gemacht habe. Oh, super. So. Ich spare gerade auf 10.000. Jetzt kann ich das zweite Stockwerk machen. Warte noch, warte noch auf mich. Ich habe auch gleich 10.000. Ich habe 8400. Ja. Ich will, dass wir es gleichzeitig kaufen. Okay. Das machen wir. Warte kurz, bis ich das Geld habe, kann ich kurz was kriegen. Bam oder das. Mein Geld läuft ja trotzdem weiter. 9500, 600, 800 und 10.000. Warte, 3, 2, 1 und kaufen. Jawohl. Gekauft. Ja, zweites Stockwerk bei mir im Blau. Treppen für 16.000. Wo sind denn die Treppen? Da vorne. Für 16.000. Ja, das habe ich auch bald zusammen. Ja, ich auch. Ich spare nochmal auf 4000. Ich setze meinen Charakter kurz zurück. Und, weil ich finde, die Ameisen nerven mich total irgendwie. Ja, dadurch, dass du mich hier erschossen hast, habe ich ja die Spinnen nicht mehr an mir dran kleben. Ja. Ich finde, das nervt ein bisschen diese Ameisen. Oder ein Mega-Dropper. Vielleicht mache ich das auch. Dann habe ich danach mehr Optionen. Für was? Für wie viel? Hier steht, ähm, der Upgrader nochmal für 7 und dann gibt es nochmal einen Mega-Dropper für 8. Das habe ich schon, beides. Ach so, nee, ich hatte das noch nicht. Ich bin schon bei den rechten Droppern. Ja, bei mir ja auch. Das sind ja die rechten Dropper. Ey, Iron Man hat mich schon wieder gekillt. Ich rede von den rechten Droppern. Iron Man kommt dauernd zu mir und killt mich. Ja. Das nervt. Ja, ja. Du musst deine Wände upgraden. Ich greife ihn doch auch nicht dauernd an. Ja, ich habe sie doch schon total upgradet. Sogar höher als du. Noch höher. Das kann gar nicht sein, weil hier gibt es keine Upgrades mehr bei mir. Ja, ich habe bei mir auch nicht. Ich habe es genauso hoch wie du. Und trotzdem kommt er zu mir. Oh, ich habe wieder 5600 bei mir. Wie viel hast du? Geld? 5800. Ich kaufe mir jetzt den nächsten. Ja, aber es läuft ja weiter. Ich habe mir den nächsten Dropper. Ich gucke nochmal, was es hier gibt. Die Torches finde ich noch interessant. Hey! Alle töten mich. Was soll das? Die nehme ich mir noch. Die Torches. Die finde ich auch schön. Was soll das? Dauern werde ich getötet. Jetzt kommt da ein Batman zu mir und tötet mich. Ja, wie kommen die denn rein bei dir? Ja, die haben alle so einen fliegenden Teppich. Lass mich. Lass mich. Der wird jetzt getötet. Höchstpersönlich. Aber ich kann hier nichts mehr machen, ne? An Upgrades von Wänden. Da ist nichts mehr möglich. Komm mal zu mir, wenn du nicht traust. Hä? Ne, traut sich nicht. Deswegen hau da. So, jetzt produziere ich mal was anderes. Jetzt nehme ich mal einen schönen Marmor. Und ich produziere jetzt... Den hätte ich gern... Fliesen. Ich produziere Fliesen. In rosa. Rosa Marmor kommt jetzt raus. Ich mach grad Fliesen. Okay, jetzt hab ich 8000. Bist du schon bei den rechten Droppern? Da kann man auch welche kaufen. Da bin ich ja schon. Da bin ich ja am Upgraden. Von den rechten bin ich jetzt schon bei den dritten. Und hab den dritten grad gekauft. Ich spare jetzt gerade einen Mega-Dropper. Ich spare grad auf 7000 für noch einen Upgrader. Ja, ich hab das schon alles. Echt? Du hast alles davon? Ich hab alles von Droppern. Auf der rechten Seite auch. Echt? Mhm. Mir fehlt noch eins. Nämlich der Upgrader. Der Upgrader kostet 7000. Das hab ich gleich zusammen. Also das ist mal ne richtig coole Tycoon. Ja, find ich auch. Willst du mal... So, was will ich jetzt? Willst du mal wieder zu mir gucken? Das hat sich sehr verändert bei mir. Ja, ich bin gespannt. Ich komm. Auch wie mal ein zweiter Stock aussieht und so. Und... Komm schon. Gleich hab ich's. Jawohl, ich hab's. Jetzt kann ich mir den Upgrader kaufen. Oh nein, der will mich umbringen. Der hat mich nicht erwischt. Jetzt gibt's noch einen Upgrader für... So, lässt mich rein. Ja, jetzt gibt's noch einen Upgrader für 13.000. Komm rein. Okay, und zu. So. Jawohl. Oh ja. Wie viel hast du das? Oh, du hast alle drei von diesen Dingern da? Ich hab bloß in der Mitte das mit den Tieren. Ja. Aber die Waffen hab ich nicht. Ja, und guck. Die ganzen Dinge hab ich auch alle. Mir fehlt hier nur noch der für 13.000. Ah, genau. Den brauch ich auch noch. Und danach spare ich auf 16.000. Kann ich hier was machen? Für den zweiten. Nee, kannst du nicht. Kann ich da irgendwo draufdrücken? Nee, kannst du nicht. Doch, kann ich. Äh, was? Ja. Du hast es geändert. Und da kann ich so machen. Du hast es geändert? Ja. Cool. Ich mach aber auch mal... Ich hab deine Steine geändert. Ich mach mal auf lila. Marmor. Lila Marmor ist cool. Und ich hab gleich 13.000. Stairs kannst du auch noch bauen. Ja, für 16.000. Deine Säule ist da oben. Wahrscheinlich steht dann hinterher da oben noch irgendwas drauf. Ja. Wir sind ja noch nicht... Wir sind beide noch nicht beim zweiten Stock, oder? Nee. Also ich hab das zweite Stockwerk auch drauf. Hab ich auch. Aber ich bin noch nicht oben, weil ich kann das erste. Ich hab die Treppe noch nicht. Nee. Raus kann ich einfach so, ne? Ja. Oder? Nee, nee, nee. Ja, lauf... Nee. Dann mach mir mal die Tür auf. Geh durch. Okay, bis dann. Warte noch. Bleib mal stehen. Ja, willst du mich noch abschießen? Nee, als Abschiedsgruß. Bis... Tschüss. Ein Abschiedsgruß sozusagen. Ja. Nichts da. Tschüss. Ich geh so nach Hause. Hab dich angehittet. Toll. Und jetzt? So, jetzt hab ich 14.000. Ich mach zuerst die Treppen und danach den Wurmer. Ah, da ist mir einer reingeflogen. Nein, nicht jetzt. Bitte. Lass mich doch. Jetzt greift mich einer an. Jetzt sind die Dinger davor. Ja, du mit deinen 8.000. Hallo. Ihr war offen. Da hat mich grad einer mit 8 Millionen angegriffen. Kann... Bei anderen, die auch 8 Millionen haben, kann angreifen... Nur zum Verständnis. Wenn das Ding auf grün steht, ne? Ja. Dann ist es... Dann ist es zu. Nee, offen. Nee, weil... Bei mir ist es so, wenn ich... Das grün leuchtet, der Button. Ja. Dann sind hier die Schranken davor. Wenn ich das aufmache, dann sind die Schranken weg. Ey. Wenn der mich... Deswegen, da war offen. Lass mich in Ruhe. Hilf! Ey, Mann! Ich werde damit angegriffen. Jawohl, jetzt gib das auf. Endlich. Ich kaufe mir jetzt die Treppen. Ui, jetzt kann ich mir auch die Treppen kaufen. Und gekauft! Ich kann nach oben. Wie cool. Ich auch. Ich kann... Aber kauf noch nichts oben, bitte. Warum nicht? Weil ich noch unten einen Dropper brauche. Ich wollte aber einen Teppich haben. Kannst du doch. Ja. Oh, ich brauche erstmal Walls. Ich gehe erstmal runter. Ja. Und brauche Walls, weil da fliegt mir einer hier schon wieder oben drüber. Ich weiß. Das können die auch, wenn du deine Tycoon fertig hast. Aber ein Dach oben auch drauf dann, ist ja ganz oben ein Dach drauf. Ja. Und dann können sie nicht mehr rein. Eben. Das möchte ich dann auch so haben. Wenn man die Tycoon fertig hat. Ja. Leute, ich würde sagen, ihr seht es jetzt mal in schnell alles, weil das wird ja sonst für euch dann ein bisschen zu lang. Genau. Und langweilig. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. So Leute, da sind wir jetzt wieder. Und ich habe 26.000 und kann jetzt die ersten Wände kaufen. Hast du schon die Wände? Ich habe die Wände, aber noch nicht das Upgrade. Ja, Upgrade kostet 40.000. Ja, da spare ich gerade drauf. Ja. Ich laufe hier gerade nur rum und schaue und ändere mal die Farben von meinen Würfeln. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das sieht ganz schön aus hier zu dem Blau, aber das ist das falsche Blau. Ich würde gerne irgendwie was anderes. Ich würde gerne mal so. Ich würde gerne die Wand haben. Hier oben kann man wieder ein Förderband für 7.500 kaufen, wo dann wieder Dropper gekauft werden können. Ja. Wir brauchen unbedingt das Wand-Upgrade, weil sonst können die bei uns dauernd reinfliegen. Und Leute, ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Cut. Genau. Und wir sehen uns gleich, wenn wir mal ein bisschen mehr Geld haben. Bis gleich. Bis gleich.